Heute zocken wir mal Murky Divers und im Hintergrund seht ihr den offiziellen Trailer dazu. Das heißt ihr taucht halt ein, könnt entweder mit Fingersymbolen oder einem Sprachchat, braucht nicht mal einen Discord dazu, sondern es gibt einen Ingame Sprachchat, könnt euch mit euren Teammates unterhalten und ihr müsst zusammenarbeiten, anders geht es hier nicht. Also alleine kann man dieses Spiel nicht spielen. Ihr seht halt, es gibt halt hier Monster und ihr könnt diese Monster nie wirklich töten, sondern die können euch töten, aber ihr könnt die betäuben. Natürlich, wie es halt auch ist, ihr könnt natürlich auch zum Spaß eure Teammates betäuben. Aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache, sondern nur zum Treuen gedacht. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen und vergesst nicht ein Like und ein Abo da zu lassen. Viel Spaß beim Gameplay. Ich bin tot. Oh, Bitsch. Was? So schnell? Nee, ich hab noch 30 Leben. Oh, nee. Dann sagst du nicht das zu. Ja, ich sagst, ich bin tot. Da war so ein böses Viech. So ein ganz starkes. Dann halte ich mal. Nein, hier. Oh mein Gott. Lieber? Ja. Was ist der? Was denn? Der ist unter dir, Junge. Ist du blind? Boah, diese Fresse, ne? Ja, ich hab ja gesagt, der ist unter dir. Warum fluchst du da nach unten, hä? Nein, das ist der Taser. Wie, du hast den Taser verloren? Hast du deinen Ernst? Ich hab den Taser fallen lassen. Ich hab ihn fallen lassen. Das ist wohl die Scheiße, dass man gedrückt halten muss, ne? Wo ist der Taser hin? Wo ist der Taser hin? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab keine Lust, den scheiß Wagen zu verlieren. Der Taser ist viel besser als der Wagen. Oder viel teurer quasi. Ich hab ihn. Ich hab ihn wieder. Ja, das bringt mir aber nichts. Bei dem man nicht in meiner Nähe ist. Wo bist du? Das ist wieder so ein Viech. Ja. Ganz ehrlich. Wo bist du eigentlich mit dem Taser? Wolltest du dich beschützen? Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Na, ich bin jetzt mit dem Wagen draußen. Ach, das Feed verfolgt mich. Super. Es geht jetzt wieder zu euch rein. Es ist wieder zu euch gegangen. Ich hör's, irgendjemanden hat's angerufen. Ja, ja, mich. Wie gesagt, hat mich die ganze Zeit verfolgt. Oh mein Gott, ey. Ganz ehrlich. Hier überall nur Viecher oder was? Hier, komm mal nach unten mit. Wer auch immer das von euch ist. Das bin ich. Ja, dann komm mal rein. Weil der andere Eingang, da ist das Vieh. Also ein anderes Vieh. Ach du Scheiße. Dima, shuttle D. Was ist denn du? Jungs, ihr habt nur noch zwei Minuten, ne? Ja, das wird auch gut. Ich hab einen Bildschirm zerstört. Mehr aber auch nicht. Wie viel Fleisch haben wir eingesammelt? Einmal. Eins. Aber was willst du machen? Es sind halt viele Monster. Dima hat den Taser noch öfter benutzt, um uns zu leben, alter. Als irgendwelche Monster zu tasern. Haben wir jetzt alle Leichenteile weg? Oder nicht? Haben wir? Ja. Ja. So viele Hinweise vor Ort hinterlassen. Ja, wer hätt's gedacht. Wir haben jetzt einen ganzen Stern bekommen dazu. Hier ist ein Monitor irgendwo. Ja. Da. Mach kaputt. Oh! Vieh. Vieh irgendwo. Irgendwo Vieh. Ich bin wieder zurück. Da ist kein Weg. Alter, was ist das für ein Vieh? Oh mein Gott. Das ist dieser... Ja, ja. Ich hab ihn gecheckt. Ja, wir haben Hälfte Sauerstoff, ne? Also ich würd sagen, wir gehen jetzt zurück. Ja, hier ist aber noch ein Item. Ja, dann hol's. Boah, so ein großes. Ja, dann pack's rein. Gezahlt? Nice. Ja, jetzt ist ein 7 von 8, eh. Komm. Reicht. Boah, habt ihr schon so viel? Naja, äh, Wings zählt als... Großes Leichenteil zählt als 6. Freilich. Michi, du musst mir sagen, wohin? Da. Oh, hier ist noch ein Ding. Er hat ein paar Kreien. Kein. Das ist aber ein großes. Ja, ist egal. Dann schwimmt. Dann schwimmt. Ja. Weiß nicht, wo's ist, ehrlich gesagt. Weißt du's? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Wir sind doch schon draußen. Oh mein Gott. Ich kann... Ich geh nicht vorwärts. Oh mein Gott, mach zu. Mach mal die Scheiße zu. Ja, gut. Warte. So. Schreddern. Leichenteile schreddern. Hier ist ein Mülltonne. So, wie's weiter? Hier ist ja eh das Klo. Hier ist ein... Oh mein Gott. Ich geh ins Klo. Ich geh ins Klo. Ich geh ins Klo. Magisches Klo. Oh mein Gott. Gott sei Dank. Wie? Ich dachte, dass er dich verfolgt, Alter. Warum war das auf einmal hinter mir? Von mir abgelassen. Oh, magisches Klo. Ja, dann komm ich doch mit. Da unten ist auch noch ein Vieh. Danke, Lima. Ja. Nice. Sehr gut. Boah, 370, nice. 370 und wir haben keinen Stern. Ich sag, das ist eine Zeit zum Tanzen dafür. Äh, noch einen Taser kaufen oder was machen wir? Warte mal, was war eigentlich mit diesem Körperteile-Scanner-Modul? War das gut oder nicht? Ja, das ist gut. Dann siehst du immer, wo die Dinger sind. Naja, dann kaufe ich da in die Richtung. Und was wollt ihr? Körperteile-Modul? Ja, komm, ich röntgen. Was ist das? 88? 88, ja. Röne ich es mal aus. So. Ah, okay. Ach so, das kann man, statt der Taschenlampe kann man das einfach benutzen. Röntgen, anscheinend. Was macht das? Na, sieht halt alles aus. I see that, people. Äh, macht halt alles grün, sozusagen. Also eigentlich ist das keine Röntgen. Nachtssicht aussehen? Das ist halt eher nachtssicht, würde ich mal behaupten. Okay. Also bei meiner Leiche liegt doch eine Flemse. Ja, wo ist dein Leiche? Das ist eine Leiche. Ich sammle gerade das im Netz ein, was wir vorne gekriegt haben. Das sind ein paar Leichtteile gewesen. Sind das Leuchtstäbe oder was? Ja. Okay. Was? Ja, er ist zurück. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe noch meine Module. Wahrscheinlich. Aber die können wir ja nicht rausnehmen bei dir. Hast du doch einen gesammelt, hier. Hier ist es doch. Wo? Das hier. Nee, das war im Netz. und ich habe das nicht gesehen und um die leuchtstäbe raus sind wir fertig da ist noch was oder ich sehe nichts mehr fertig so viele hinweise vor ort hinterlassen genügend körperteile wirklich nicht gedacht nein mit einer waschmaschine ist so logisch teamer kann man sowas nicht checken alter kaufen wir uns was mal wie du tanzt michi was muss dann mal mit der lampen aus sehr geil hätte ich schon ein bisschen feucht nein 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 wie viel also nicht erst hier war es guter naja dann achten wir doch mal mit zwei hinten sag mal dass wir mal hinsetzen ich will mal sehen wie es so oder wird auch richtig schnell voll witzig aus wenn man da drauf weil so klein ist jetzt verschießt das ja ok let's go nächste mission weiter geht's ja hinter mir ist was sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut mach nochmal worte sehr gut vorbei hier komm direkt wo bist du wo bist du weiß nicht wo du hin bist unter dir unter dir ja da ist auch ein Vieh hab ihn komm komm rein ja ja ich komm ich komm ich komm ich komm ich komme das gute ist gar nicht mal so praktisch eigentlich doch hier ist ein bildschirm bildschirm und sauerstoff sauerstoff der hä? vielleicht auch ja sehr gut na mach doch kaputt kannst du reinpacken wie gesagt einfach c drücken musst du nicht die ganze zeit halten hier wo bist du irgendwo ist ein Vieh in der Nähe hier da 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 nee taser 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 ja hab ich ihn gehen wir runter oder nicht ja runter also ich hab nur noch 60% wie es bei dir hier ja ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's eingesammelt ja in die toilette ne ja ja müssen wir tasern tasern die matthesern hinter dir hier hab ihn sehr gut komm ich hab auch gemerkt ich hab das komplett vergessen tatsächlich äh als wir uns vorhin darüber unterhalten haben aber warum ich das nicht mitgenommen habe ich kann einfach mit dem wagen drüber fahren und dann nehme ich das mit also ich muss ihn ja nicht loslassen ja ja muss ihn einfach anstupsen also egal welchen gegenstand hast du bestimmt nur noch die hälfte nice naja dann müssen wir irgendwann mal demnächst zurück taser das 4 in meine hand taser das 4 in meine hand nice ich war nur noch 20% ich muss zurück naja dann zurück tasern tasern kann ich nicht kann ich nicht muss aufladen bin tot ich habe 15% leben ich kann nicht bei dem viel bleiben sind wir noch hinter mir oder weißt du nicht ja ist hinter dir ja ist hinter dir oh mein gott jetzt ist jetzt weg jetzt weg ja gut ach du hast niemand mit eingepackt hä achso echt ja ist so gut nice wusste ich nicht willst du noch mal los oder können wir ja aber ohne den ohne das ding ja ja natürlich ohne den wagen ob der taser drin ist ich nehme das ding jetzt hier noch mit und verpiss mich echt das ist gut der ist im einkaufs tragen sehr gut hast du alles schon geschreddert ne hier ist doch noch ne das ist ein beschissenes Kissen ich habe schon alles geschreddert sicher ich sehe hier nichts mehr gut dann mach ich zu was mit die mal hast du die mal geschreddert ja den habe ich auch geschreddert gut was so viele hinweise durcharschen die haben wahrscheinlich keine keine monitor so kaputt gemacht doch haben wir zwei stück ja vielleicht gab es noch mehr agenten nüsse aha greifhaken ich weiß nicht wozu sollte man einen greifhaken brauchen und ich wäre für agent nuts let's go agent nuts 22 da kann man sehen was ja reicht doch für heute oder jo dann muss das nächste mal heute machen wenn du würd ach du hast was auf dem rücken mich hier jetzt du hast einen hamster so oh ja stimmt ja und was kann der ja du hast echt einen hamster auf dem rücken ja keine ahnung kannst du doch nicht einfach nur noch schwimmen ne wie hieß das teil agent nuts hm egal junge hört der kürt auch irgendwann auf oder was ist das ja was ist das what the fuck ach so jetzt er weg ja dafür haben wir euch jetzt 80 sehr geil aber wir sollten mal auf den ganty fahren was denn auf den donut was denn ja das ist sinnvoll habe ich letzte runde gesorgt ja aber letzte runde brauchen wir es noch nicht jetzt müssen wir es jetzt bauen haben wir es noch nicht auf das ist ja nicht einfach mal auf die